Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tritra Tralala Stimulator. Ja, mittlerweile zur dritten. Und ich habe mich tatsächlich aufgerafft und mir gedacht, alle guten Dinge sind drei. Und nach dieser Folge werde ich es dann aber auch tatsächlich gut sein lassen. Also, das ist definitiv die letzte Folge. Und ja, ich möchte daher auch die Zeit gut nutzen. Und mit dir eine kleine Schweigeminute einlegen, um den Menschen zu gedenken, die während sie dieses Game gespielt oder eines meiner Let's Plays geguckt haben, vor ihrem Rechner eingeschlafen und dann verstorben sind. Also, jetzt Ruhe bitte. Schweigeminute. Psst. Nicht reden. Schweigeminute. Das muss man durchhalten. Oh, Kaffee. Ja, so. Ich finde, das muss dann auch reichen. Und ja, ich finde, das war echt mal nötig. Also, die P-Tab muss natürlich gewahrt und geachtet werden. Und ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, darfst du dir jetzt meine Top 5 der schlechtesten Baumwitze anhören. Ne, muss ja immer zum Thema passen alles hier. Und zwar auf Platz Nummer 5. Wie heißt ein russischer Baum? Dimitri. Okay. Auf Platz Nummer 4. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Okay, hat auch nicht gezündet. Auf Platz Nummer 3. Am Baum hängen 15 Äpfel. Fritzchen holt sich einen runter. Und am Baum hängen immer noch 15 Äpfel. Okay, gut. Dann kommt jetzt Platz Nummer 2. Der schlechtesten Baumwitze. Gehen zwei Hunde in der Wüste spazieren. Meint der eine zum anderen. Wenn nicht bald ein Baum kommt, passiert ein Unglück. Achtung. Und jetzt kommt auf Platz Nummer 1. Der schlechtesten Baumwitze überhaupt ist dieser hier. Hängen zwei Äpfel am Baum. Fliegt eine Birne vorbei. Sagt der eine Apfel. Seit wann können Birnen fliegen? Sagt die Birne. Ich bin Birne Maya. Okay, gut. Hätte man das auch abgefrühstückt? Ja. Gut. Ja, dann können wir uns ja jetzt wieder dem eigentlichen Spiel widmen. Also, ich will jetzt mal nicht nur schimpfen über das Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, umso länger ich spiele, umso mehr gefällt es mir. Ne, Quatsch. Ne, also ich finde, das Ambiente von dem Spiel ist wirklich nicht schlecht. Ich finde den Tag und Nacht Zyklus cool gemacht. Ich finde das auch irgendwie, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen mit Liebe programmiert. Nur, man kann halt einfach nichts machen in dem Game. Das ist halt schade. Und, ja, so an sich finde ich es eigentlich ganz nett gemacht. Also, es ist wie gesagt ein besserer Bildschirmschoner. Und es hat vielleicht so, ja, wie gesagt ein bisschen Ambiente und so vielleicht so vor dem Bett gehen zum Einschlafen oder so. Kann man sich das mal angucken für ein paar Minuten zur Beruhigung. Aber, ja, mehr ist es auch schon nicht. Also, ich würde es tatsächlich wirklich richtig hart feiern, wenn in dem Spiel mal irgendwie was Unerwartetes passieren würde. Also, wenn irgendwie eine Biene vorbeifliegt oder sowas. Ich meine, Insekten gibt es ja auch nicht in dem Spiel. Das ist natürlich schade. Vielleicht muss ich mal eine Mail an die Entwickler schreiben mit Verbesserungsvorschlägen. Vielleicht kann man da auch noch was machen. Vielleicht gibt es ja bald ein Update oder DLCs. Mal gucken. Also, ich würde es richtig feiern, wenn es da noch irgendwie so ein paar Gimmicks geben würde. Habt ihr das auch gerade gehört? Gehört das zum Game? Oder kam das jetzt von außerhalb? Naja. Kam vielleicht vom Nachbarn. Nun gut. Ja, es ist wieder Nacht im Spiel. Ich finde, das ist auch wirklich schön gemacht hier mit dem Sternenhimmel. Sieht schon stylisch aus. Und irgendwie fällt mir gerade auf, Hä, das Grillenzirpen? War das schon immer da im Hintergrund? Hm, keine Ahnung. Also, mir kam es so vor, als wäre das in der letzten Folge noch nicht da gewesen. Naja, da haben wir mal wieder ein Feature entdeckt. Wer hätte das gedacht? Hä, was? Also, man hört das ja auch. Bin ich jetzt bescheuert? Was ist das? Merkwürdig. Hä? Lol. Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade was im Baum, oder? Oder habe ich jetzt schon schon Halluzinationen? Und wieso wird es eigentlich nicht mehr heller? Eigentlich müsste doch die Nacht mal rum sein irgendwann, oder? Was? Diese... Das komische Geräusch im Hintergrund. Also, ich meine jetzt nicht die Grillen, sondern... Hört ihr das? Äh. Okay. Hallo? Hä? Was war das? Scheiße, was war das? Leute, ich... Alter. Was geht denn jetzt ab? Ähm. Okay, ähm. Okay, Escape. Geht nicht. Ich kann nicht... Ich kann nicht Escape machen. Hallo, ich will hier raus. Scheiße, hä? Was ist das für ein Geräusch? Ähm. Ich glaube, wir haben ein neues Feature im Spiel entdeckt. Kommt jetzt gleich das Lenderman, oder was? Was ist hier los? Wieso ist es plötzlich so finster? Und wieso wird es nicht mehr hell? Ähm. Spöbeenden bitte. Alt F4. Geht auch nicht. Scheiße, was... Was geht hier ab? Okay, ich krieg' gerade ein bisschen Schiss. Alter. Was sind das für Stimmen? Hört ihr das? Oder hör' ich das in meinem Kopf? Was geht hier ab? Alter, was war das da? Habt ihr das gesehen? Nein! 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 Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Abwechslung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier ist eine Luke. Moment, erstmal Licht anmachen. Moment, wo ist denn hier der Schalter? Achtung! Gott sei Dank. Endlich wieder zu Hause. Auf dem heimischen Desktop. Das war ein Trip, Alter. Ja, bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, du hast dich nicht allzu sehr erschreckt bei meinem kleinen Jumpscare, den ich eingebaut habe. Bei meinem Pixel-Renderman sozusagen. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge, ich weiß es noch nicht. Vielleicht gibt es noch eine, mal schauen. Naja, auf jeden Fall, bis dahin, halt die Ohren steif, gehab dich wohl und mach's gut. Tschüss. 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 Tschüss.